Willkommen zurück zu Resident Evil 4. Wir haben uns ausgerüstet. Und manchmal habe ich auch ein paar Sprachfehler. Aufgerüstet haben wir uns. Nicht ausgerüstet, ja, aufgerüstet. Ne, wir haben uns jetzt natürlich ein bisschen, ja, abgegradet, was unsere Waffen angeht natürlich. Ah, was kostet das Ding? Das habe ich jetzt natürlich komplett vergessen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für die TMP. Und durch das, dass wir vielleicht irgendwie ein bisschen Platz haben, können wir vielleicht ein bisschen nochmal umdisponieren, wenn wir natürlich Platz haben, dieses TMP 4000. Gut, okay. Wir brauchen vier. Wir haben ja vier. Und zwar, wenn wir das so machen. Hm. Ach komm, machen wir jetzt nicht schwach. Mach mich jetzt nicht schwach. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das jetzt am besten? Hm. Wie mache ich das? Hm. Okay, lass mal gucken. da geht es natürlich nicht trotzdem erst mal wieder ein bisschen platz machen irgendwie und zwar vielleicht erst mal gucken damit das dahin machen das hier dahin machen aber ich krieg dieses puzzle ja so nämlich ein bisschen dieser fisch nimmt einfach jede menge platz weg leider gottes ist so aber vielleicht so könnte das natürlich klappen ich glaube vier braucht dieses ding jawohl und ich hab sogar noch zwei zwei platz so sehr gut speichern brauche ich glaube ich nicht aber ich muss noch kurz mal was hier das hier kombinieren mit der tmp hallo ja so ausrüsten können wir besser ziehen dann gibt es nicht diesen komischen rückschlag glaube ich wenn wir jetzt die schulter und wie nennt man das schulter ja diese stütze jetzt einfach mal stütze irgendwie schulter schulter stütze irgendwie wie heißt das ich muss noch mal genau nachschauen gucken wir doch gleich ja schulter stütze für die tmp doch gar nicht mal so falsch gesehen toll ach konnte ich doch mitnehmen gut äh lass mal gucken vielleicht kann ich ja doch gleich auch mal kombinieren ja zwei rote äh zwei grüne zusammen kombiniert können wir wieder ein bisschen was mitnehmen okay jetzt wird es natürlich kriminell und diesen jenner macht euch bereit für diese attraktion hier kommt der wirbeltrommel el giganto auf jeden Fall dieses riesenviech ja kennen wir auch noch aus anderen teilen und aggressiv ist das leck mich am Arsch ja unser Leon ist natürlich ganz agin und weicht natürlich alles aus okay irgendwo sollen wir erstmal Platz finden oh toll sehr toll ah da ist wieder so eine gelbe Pflanze hätte ich das natürlich gewusst aber gut das geht ja nicht man kann ja nur mit einer grünen und oh mein Gott das war natürlich knapp was zur Hölle sieh mal einer an das ist der beste Freund des Menschen jetzt müssen wir schnell sein jetzt müssen wir echt schnell sein und gib ihm das ist natürlich eine sehr sehr gute Taktik eine sehr sehr gute Taktik ganz schön ja Hundi nicht nicht in meine Richtung bitte aber gut dass Hundi da ist und uns natürlich boah das war ja klar das war ja richtig gut war das das haben wir richtig gut hier gekommen schön durch die Beine okay sicher sicher so ein bisschen wieder haha nicht nochmal blödes Rindvieh okay oh da ist ein oh geil da ist ein bis zum Notion habe ich mitgenommen und was noch und ein rotes Kraut schnell 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 klettern und Feuer Leon Feuer Feuer komm schon ach ja wie heißt das so schön alle Bumdinge sind drei war das schon platt vielleicht jetzt einfach mal Kopfschmerzen das ist platt das ist platt puh das war ja knapp Sesam öffne dich so oh da leuchtet mal was richtig blau sieht ja aus wie so ein ja kennt ihr so ein Energiestrahl von Dragon Ball so sieht das Ding irgendwie ein bisschen aus boah du erhältst 15.000 Pesos oh mein Gott ich liebe dich Giganto du machst mich reich Spinell und 1000 Pesos ja das gute ist hier gibt es natürlich wieder überall Items Pistol Munition und 1000 Pesos oh ok wartet das kriegen wir hin denn das muss ich sowieso kombinieren jetzt fehlt mir natürlich wieder ein grünes Kraut aber ich denke mal grüne Kräuter gibt es zu Genüge nicht kombinieren na so geht es natürlich auch ach da sehen wir eine an was haben wir denn da kombinieren na also ein komplettes Heilungsspray plus natürlich ein Tick Energie mehr das ist sehr gut ja wir sehen ja ganz genau wie viel Energie wir insgesamt noch sammeln können mal kurz nachladen sehr wichtig so 1000 Pesos vielleicht sollten wir uns mal wieder mit der Knarre ausrüsten ja natürlich dann machen wir also Waffen-technisch sieht es bei uns natürlich gerade sehr sehr gut aus aber ich glaube ich habe mich vielleicht mit der falschen Waffe ähm gerade ausgerüstet wenn es mich natürlich nicht es ist schon lange her dass ich das gespielt habe aber meine Vorahnung sagt ich habe die falsche Waffe ja tausendprozentig das sind keine Freunde das ist ja krass voll ins Gesicht ja klar jetzt ist es tot und was gibt es TMP Munition natürlich hm so jetzt wird es noch jetzt einmal Zeit okay nehmen wir erstmal das Ei also ein braunes Ei gibt eigentlich auch fast wieder volle Energie wieder oder ist ja krass so aber jetzt ganz normale Handvoll Waffe lässt sich nicht öffnen dort ist eine runde Öffnung vielleicht passt etwas hinein was es wohl sein mag ja oh ich habe natürlich wieder 4000 kann man natürlich dazu rechnen für die zwei Spinels oder Spinels runde Insignie verwendet öffnen so die Kirche und von Ashley weit und breit erstmal keine Spur wollen wir uns auch lassen wir hier umschauen was es hier gibt so prüfen was ist das hier die sind Sinn jetzt überall ob das wohl eine Religion dieser Gegend ist ja wohl eine Sekte Religion wäre noch schön da natürlich mitten in der Kirche liegen 3000 Pesos da wird man doch gern sonntags in die Kirche gehen wenn man da jedes Mal 3000 Lappen finden würde oh hier ist natürlich eine ein Fass ein kleines mit einer Blendgranate natürlich haben wir keinen Platz mehr für die Blendgranate nee echt wirklich keinen Platz mehr echt nicht dafür ist immer noch dieser große Barsch da oder wie dieser Fisch ist das so ein Barsch oder so ein Barsch L oder Fisch L halt zumindest der ist immer noch ein bisschen im Weg können wir keine Blendgranate das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm alles was wir mit der Blendgranate nicht platt kriegen können wir natürlich auch mit der Pumpgun platt kriegen die ist ja natürlich auch nicht ohne und immerhin haben wir noch eine Blendgranate ah hier gibt es eine Leiter das ist immer so schön wer es sucht der findet nur mal kurz mal kurz auf die Karte schauen ob es hier einen Stern gibt oder so nein wohl nicht nicht wirklich prüfen Ashley muss hier irgendwo sein das Ding muss sich doch öffnen lassen ja muss es Fragezeichen Ausrufezeichen springen ah sieh mal hin an dann auf James Bond machen hier zwei Fässer ja ein Windfass nichts drin Brandgranate okay ich konnte vorhin schon keine Granate mehr mitnehmen aber das wollte es wohl auch nicht können was gibt es hier auf dieser Seite nichts ein dickes nichts gut betätigen jetzt müssen wir natürlich ein bisschen rumspielen okay drehen wir mal das Rote wir gehen jetzt mal davon aus von den einzigen wo noch blau und rot alles zu sehen ist das wäre glaube ich das hier erstmal oder nee ich glaube ja das wird schon eher hinpassen zurück dann das Grüne nee das würde natürlich auch passen seht ihr das Grüne was überall Grün da Grün da ja das passt genauso wie das Rot da und da und da unten die Ecke der Zipfel das passt auch perfekt jetzt ist nur noch das Blaue das könnte natürlich auch hin hauen zurück und jetzt wollen wir mal kombinieren und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge das meine ich die Rätsel sind wirklich nicht schwer die sind wirklich so wie wie leicht das Rätsel habe ich bestimmt das letzte Mal vor 6-7 Jahren gemacht und naja ihr seht immer noch da hat man echt keine Schwierigkeit darin und das hat jetzt mit dem Schwierigkeitsgrad natürlich auch nichts zu tun denn auch wenn es auf schwer wenn wir es auf schwer durchspielen würden wäre das Rätsel das gleiche Rätsel It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Okay. Spielanleitung 3. Okay. Erstens. Befehle, Leon. Kann Ashley durch Drücken des Plus-Knopfes dazu bringen, zu warten oder ihm zu folgen? Aber gar nicht mehr so schlecht. Kennen wir von Resident Evil Zero auch. 2. Ashley und die Aktionstaste. Je nach Situation können Ashley und Leon gemeinsam Hindernisse überwinden. Ja. Ashleys Gesundheit. Heilmittel können auch bei Ashley angewendet werden. Alles, auch dieses Gelbe? Ashley und Game Over. Wenn Ashley getötet oder vom Gegnern verschleppt wird, hat Leon versagt. Okay. Gut zu wissen. Wollen wir uns erstmal hier umschauen. Hier gibt es jede Menge Fässer. Ich hoffe, dass es auch ein bisschen was zu holen gibt. Hier jede Menge Pistolenmunition. Sieht aus sehr, sehr gut. Pistolenmunition. Lass mich raten. Pistolenmunition. Oh. Ein grünes Kraut. Mitnehmen. Ja. Kann ich das irgendwie kombinieren? Ne. Kann ich nicht. Ist ja blöd. Ich habe nur ein Slot frei. Und kann das grüne Kraut in sich mitnehmen. Egal, wie ich umdisponiere. Ich habe nämlich nur ein Slot frei. Es werden nicht mehr. Eher weniger. Hm. Ich bin da nur überlegen. Diese 6 Schuss, ob ich die noch brauche. Machen wir natürlich so. Lieber. Ein bisschen mehr Heilung. Wie 6 Schuss mit diesem. Mit diesem komischen. TMP. So. Öffnen. So, wo ging es hier runter? Irgendwo hier? Könnte das sein? Ne. Hier war es nicht. Irgendwo hier muss es runter gehen. Wir können jetzt schön hier im Kreis laufen. Auffangen. Toll gemacht. Und natürlich lässt sich Leon nicht die Gelegenheit entfliehen. Auch mal zu krapschen. Ich nehme die Köln. Wer bist du? Wenn du es wissen musst. Der Chef. Mein Name ist Osman Sadler. Der Chef dieser feinen religiösen Gemeinschaft. Was willst du? Um den ganzen Welt unsere unglaubliche Kraft zu demonstrieren. Nein. Lass sie zurück. Nein! Leon, ich glaube, dass sie etwas in meine Hände schlossen haben. Was hast du mit ihr gemacht? Wir haben sie nur ein kleines Geschenk gelegt. Oh, es wird eine hellige Party sein, wenn sie nach Hause zurückkommt zu ihrem liebsten Vater. Aber bevor das, ich dachte, dass ich mit dem Präsidenten für ein paar Donation könnte. Believe es oder nicht, es braucht ziemlich viel Geld, um diese Kirche zu stecken. Die Hoffnung und Geld werden dich nicht mehr, Sadler. Oh, ich glaube, ich habe vergessen zu erzählen, dass wir dir das gleiche Geschenk gegeben haben. Als ich nicht bewusst war. Oh, ich hoffe wirklich, dass ihr unsere kleine, aber spezielle Beiträge möchtet habt. Wenn die Hände zerstören, sie werden meine Puppets. Involuntärlich? Sie werden so, wie ich sage. Ich habe total Kontrolle über eure Gedanken. Sie denken, dass das eine revolutionärische Art, um zu promulgieren? Sie werden so, wie eine älter Invasion, wenn du mich fragst. Ja, das ist natürlich mal eine Rettungsaktion. Das trifft sich natürlich sehr gut, wie ein Schweizer Urwerk. Ende von Kapitel 2-1. Oh, wir sind doch ein Stück weitergekommen. Das ist schon eine 2 davor. Ah, das war es davor schon beim Speichern. Ja, jetzt ist es wohl nicht aufgefallen. Speichern, ja. Okay, hier machen wir erstmal einen Cut. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Video, Leute. Okay? Also haut rein. Bis zum nächsten Mal.